Das ist das Rundschreiben der Präfektur der Polizei. Darauf sind die technischen Modalitäten festgehalten, wie die Razzia organisiert wurde. Olivier Hackeré-Pierson, Archivar bei der Pariser Polizei, zeigt auf das Papier von 1942. Hier sind die Busse aufgeführt, mit denen die Polizei die Leute eingesammelt hat. In fast allen Bezirken von Paris wurden die Dokumente über die Großrazzia gegen die Juden nach Ende des Krieges vernichtet. Nur in einem wurden sie erhalten und sind jetzt zum ersten Mal Teil einer Ausstellung. Die beschreibt, was am 16. Juli 1942 in Paris geschah. Ohne jede Vorwarnung wurden frühmorgens mehr als 13.000 Juden festgenommen, über 4.000 von ihnen waren Kinder. Beinahe fünf Tage mussten sie im Winter-Velodrom am Eiffelturm auf ihren Abtransport in die verschiedenen Lager warten, bei gnadenloser Hitze, ohne Wasser, Nahrung und Toiletten in der Radrennbahn. Marcel Weltmann, ein Überlebender, war bei den Festnahmen zehn Jahre alt. Es wurde geschrien, die Leute haben geweint, ein totales Durcheinander. Aber was mich am meisten überrascht hat damals, war die Stille auf der Straße. Es ist eines der schwierigsten Kapitel der französischen Vergangenheit, die Kollaboration des Vichy-Regimes mit den deutschen Besatzern. Lange Zeit wurde darüber nicht gesprochen. Erst 1995 übernahm Frankreich offiziell seine Mitverantwortung bei der Judenverfolgung. Alavan Snow, Autor eines Buches über die Großrazzia, legte heute noch einmal den Finger in die Wunde des Gedenkens. Es waren keine Deutschen bei diesen Razzien dabei. Die sind in ihren Kasernen geblieben. Es waren nur französische Polizisten beteiligt. Gebete im Norden von Paris. Am Jahrestag werden Kränze niedergelegt, wo vor 70 Jahren die Transporte in die Konzentrationslager begannen. Serge Grambaud, der als Sechsjähriger den Razzien entkam, ist, so sagt er, heute glücklich. Weil wir nicht mehr ausgeschlossen sind, und wir waren ausgeschlossen. Als ich mit dem Judenstern in die Schule kam, wollte keiner meiner Freunde mehr mit mir spielen. Am Tag der Erinnerung wird auch diskutiert, dass der Großteil der jungen Franzosen nicht mehr weiß, was die Großrazzia gegen die Juden von Paris war. Moschee Levin vom französischen Rabbinat fordert mehr Aufklärung. Das ist vor allem heute wichtig, denn der Antisemitismus nimmt zu. Und eine Möglichkeit, ihn zu bekämpfen, ist es, bekannt zu machen, was passiert ist.